Hallo Hansa-Fans, hier ist Peter Vibra. Auch ich habe eine Quadratmeter gekauft, damit die Hansa-Talente, die in den vergangenen Jahren große Erfolgen feiern könnten, auch in Zukunft beste Bedienungen für ihr Training haben. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Hansa-Fans an dem Projekt für Hansas neue Helden beteiligen. In diesem Sinne Hansa-Fans und viele Grüße aus Schwedern. Eure Peter Vibra. Euer Beitrag, unser Versprechen, gemeinsam erfolgreich. Helft auch ihr dabei, die Träume unserer neuen Helden zu verwirklichen. Spendet jetzt für euren virtuellen Quadratmeter.